So, weiter geht's in Halle, Richtung Turmschraße. Sehr schön, sehr schnell, wunderbar. Ja, ich dachte wohl, links auf die Bühne, in die Sackgasse oder was. Nichts auf die Bühne. Das ist dreimal Spaß. Ja, das passt. Wie geht's hierher? Sehen wir hier mal ein bisschen mehr von Halle. Aber schön. Nach 600 Metern, biegen Sie links ab. L159 an der Neugestrare. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeit von Köln. Nach 700 Metern, biegen Sie links ab. L159 an der Neugestrare. L159 an der Neugestrare. L159 an der Neugestrare L159 an der Neugiestarai. Liosiger Honigerboyforte. L159 an der Neugestelle. L159 an der Neugestelleisen konkurrenten Ja, schreibt mir die Kommentare rein, bitte, in welchem Stadtteil ich mich hier befinde, bevor ich hier nackt sage. Das ist die Möglichkeit, die wir hier in der Klinik und die Klinik und die Klinik und die Klinik. Ja klar, sonst kann man das Bild nicht. Ich hab das Gefühl. Kamera wird ganz gerade. 15 Minuten für 5 Kilometer. Ja, ich hab das Gefühl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist schon ganz später, da ist es nicht rechts, so wir haben es hier mit dem Flussverkehr und nehmen sich die erste E-Bestfahrt. Lachen Sie sich rechts, fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Nach 100 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Nach 100 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Nach 100 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Nach 100 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Nach 100 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Nach 100 Metern fahren Sie in der Kreisverkehr und kommen Sie in den Kreisverkehr, auf 50 Metern fahren Sie in die kommende Kammerung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. was so ihr links so eine andere Zufahrt geht zu dieser Straße wo soll ich? wir können ein bisschen schnitzen fast großmasse da soll die Straße sein? 80 m und die Fahrrechtzeit der Trommstrasse fahren Sie an den Kreisverkehr und bleiben Sie gewollte Ausfahrt in der Straße und der Zufahrt der Spiegel in der Spiegel und der Kipp nehmen Sie rechts ab der Trommstrasse dann fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die vierte Ausfahrt Liebnerer Strasse fahren Sie in den Kreisverkehr Leck mich im Arsch Alter, wo soll diese scheiß Firma sein? jetzt fahrt danke schön 1,5 km fahren Sie mit dem Kreisverkehr und nehmen Sie die freige Ausfahrt auf dem Landkreis fahren Sie mit dem Kreisverkehr und nehmen Sie die freige Ausfahrt bitte aus eine Fresse auf 70 m scharf links am Straße dann am Ende der Straße bringen Sie rechts ab scharf links dann am Ende der Straße bringen Sie rechts ab ich muss doch da irgendwie anders Volker, was hast du mir da für die Adresse rausgeholt? für die Ladestelle dann kommt da rein ja da nicht da 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 sind die Die Kirche von der Straße Weg zu links, nicht? Wo ist das? Bogen Sie links ab, Kusterich-Nebstahl-Straße, 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 Bogen Sie links ab. I said, I was going tooshi went above and above, and showed us a little check! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020